Tödliche Anomalie, gefährliche Mutante, Anarchisten und Bandite, sie alle können den Triumphalen Marsch der Wächter zur Errettung des Planeten nicht aufhalten. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge, oh mein verfickter... Was? Was zum Teufel ist da passiert? Was? Was? Ich wusste zwar, dass hier ein paar Poltergeister sind, aber dass dann so ein Hinterrücksangriff kommt und der haut da hinten unten gerade ab, wow. Schätze, das war's. Und da ist er noch gestorben, na wenigstens haben wir das geschafft. Ah.